Guten Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu NTD News. Mein Name ist Alexander Zwischowski. In dieser Sendung haben wir folgende Themen für Sie. Ein Landkreis in Kentucky fordert Mitch McConnell auf, von seiner Führungsrolle in der republikanischen Partei zurückzutreten. NTD sprach mit dem republikanischen Vorsitzenden des betroffenen Landkreises. Anwalt von Trump wird systematisch boykottiert. Für das Einstehen zu seinen Überzeugungen verliert er zwei wichtige Bereiche seines Lebens. Biden äußert sich zu Chinas Menschenrechtsverletzungen. Ein allgemeingültiger Begriff von Menschenrechten solle es demnach nicht mehr geben, sondern eher eine kulturelle Auslegung vorgenommen werden. Ein Landkreis in Kentucky fordert US-Senator Mitch McConnell auf, von seiner Führungsrolle innerhalb der republikanischen Partei zurückzutreten. Das kommt direkt nachdem Ex-Präsident Donald Trump in einem scharfen Brief seine Unzufriedenheit mit McConnells Rolle in der Partei äußerte. Der Vorsitzende der Republikaner im Landkreis erzählte NTD, warum die Menschen in Kentucky das Gefühl haben, dass der Senator sie verraten hat. Den Republikanen von Nelson County zufolge habe der Senator ihnen den Rücken gekehrt, als er sich von Trump abwandte. Nun fordert Don Tresher, Vorsitzender der Republikaner, McConnell auf, als republikanischer Minderheitsführer im Senat zurückzutreten. Es gibt Führer im republikanischen Senat wie Ted Cruz. Diese Personen können unseren republikanischen Ausschuss viel besser repräsentieren als Mitch McConnell. Anlass für Tresher's Forderungen sind McConnells Kommentare über Trump nach dem Amtsenthebungsverfahren. Es steht außer Frage, dass Präsident Trump praktisch und moralisch dafür verantwortlich ist, die Ereignisse des Tages ausgelöst zu haben. Keine Frage. Obwohl er Trump die Schuld gibt, stimmte er dennoch für einen Freispruch des ehemaligen Präsidenten. Nun haben die Republikaner von Nelson County die Nase voll. Das ist genau das, was Donald Trump über diese Zaungäste sagte. Er hat eine gespaltene Zunge, als Mitch McConnell so weiterzumachen. Und das nicht nur einmal, nicht zweimal, sondern dreimal im Senatsplenum. Und nun greift er Präsident Trump an. Obwohl er beim ersten Mal bereits wusste, dass wir eine Resolution eingebracht hatten. Bevor er das erste Mal sich äußerte, hatte ich bereits eine Resolution auf Staatsebene eingebracht, um ihn zu bitten, Präsident Trump zu unterstützen. Aber das tat er nicht. Tresher zufolge sei McConnell von den Wählern in Kentucky unter der Voraussetzung gewählt worden, gegenüber Präsident Trump loyal zu sein. McConnell habe ein taubes Ohr für die Wünsche seiner Wähler, sagte Tresher. Nelson County ist einer der wenigen Landkreise in Kentucky, die dafür sind, den Senator für seine Haltung öffentlich anzuprangern. Dennoch werden sie Tresher zufolge McConnell nicht bitten, seinen Senatssitz komplett aufzugeben. Weil das bedeuten würde, dass sehr wahrscheinlich ein Demokrat an seine Stelle rückt. Eine juristische Fakultät und eine Bürgerrechtsgruppe boykottieren einen von Trumps Impeachment-Anwälten. Dem Anwalt zufolge seien dies zwei wichtige Bereiche seines Lebens gewesen. Und er habe sie verloren, weil er das tat, was er für richtig hält. Rechtsanwalt David Schoen ist der Cancel Culture zum Opfer gefallen, weil er Trump vor dem Senat verteidigte. Schoen hatte vor, kommenden Herbst einen Kurs über Bürgerrecht an einer juristischen Fakultät zu unterrichten. Doch die juristische Fakultät lehnte das jetzt ab. Der Grund, seine Rolle im Amtsenthebungsverfahren. Sie sagten, sie schätzen zwar meine Arbeit, doch offen gesagt würden sich einige Studenten und Dozenten unwohl fühlen, also erhielt ich die Absage. Es sei traurig für ihn gewesen, weil er gerne unterrichtet. Außerdem wurde Schoen aus einem E-Mail-Diskussionsverzeichnis für Bürgerrechtsanwälte entfernt. Sie haben tatsächlich 48 Stunden damit verbracht, dies mit ihrem Vorstand und so weiter zu diskutieren. Letztendlich haben sie entschieden, mich aus dem Verzeichnis zu entfernen. Es ist ein sehr wichtiges Verzeichnis für mich, das sehr prominente Bürgerrechtsanwälte und gute Menschen beinhaltet. Den Namen der juristischen Fakultät oder der Bürgerrechtsgruppe verriet Schoen nicht. Laut Schoen hätte das Amtsenthebungsverfahren nie stattfinden dürfen, da die Beweise der Demokraten nicht stichhaltig waren. Trump habe seine Dankbarkeit für seine Verteidigung ausgedrückt, fügte Schoen hinzu. Er war sehr, sehr freundlich zu mir, zu jeder Zeit und in jedem Gespräch. Während des Verfahrens habe ich zwei oder dreimal am Tag mit ihm gesprochen. Er war sehr hilfsbereit. Zwei von Trumps drei Verteidigern stehen seit der Verhandlung unter öffentlichem Druck. Das Haus von Rechtsanwalt Michael van der Wien wurde beschädigt. Angeblich habe er über 100 Todesdrohungen erhalten. Dem Nachrichtenportal Newsmax berichtete er, er habe seine Kinder an einen geheimen Ort gebracht und bewaffnete Wachen eingestellt, um sie zu schützen. Aber es gehe ihnen gut, fügte er hinzu. Man könnte meinen, Menschenrechte sowie Menschenrechtsverletzungen sollten doch global zu verstehen sein. Doch Präsident Biden sieht das wohl anders. Er führt nämlich Menschenrechtsverletzungen auf sogenannte kulturelle Normen zurück. Das zumindest in China. Und warum diese Aussage kontrovers ist, beleuchtet folgender Beitrag. Am Dienstag, dem 16. Februar, sprach Biden in CNN-Sendung Town Hall unter anderem über Menschenrechtsverletzungen in China. Ich ließ Xi Jinping darauf hin, kein amerikanischer Präsident kann Präsident bleiben, wenn er nicht die Werte der USA widerspiegelt. Deswegen werde ich mich nicht gegen das aussprechen, was er in Hongkong tut, was er mit den Uiguren in den westlichen Bergen Chinas tut und mit Taiwan und dass er versucht, die Ein-China-Politik mit Gewalt durchzusetzen. Übrigens, er hat das verstanden. Kulturell gibt es unterschiedliche Normen, die jedes Land und seine Führer befolgen müssen. Das war Bidens Antwort auf die Frage, ob er mit Chinas Führer Xi Jinping über Menschenrechtsverletzungen der Kommunistischen Partei Chinas, kurz KPC, an Uiguren gesprochen habe. Bis jetzt hat die USA die Menschenrechtsverletzungen der KPC gegen die muslimische Bevölkerung stets als Völkermord bezeichnet. Zu den Übergriffen der KPC gehören Masseninhaftierungen und Zwangssterilisationen. China-Experten sehen in Bidens Bemerkung über unterschiedliche kulturelle Normen die Widerspiegelung von Pekings Propaganda. Doch genau wie bei der Redewendung Ein Wolf im Schafspelz ist die KPC schon immer der Wolf gewesen. Als Beispiel ist die Masseninhaftierung von Uiguren zu nennen. Während viele im Westen sie als Konzentrationslage bezeichnen, nennt die KPC sie Ausbildungszentren. Die Parteipropaganda behauptet, die Zentren würden den Uiguren helfen, extremistische und terroristische Gedanken loszuwerden. Doch Überlebende aus den Nagern sprachen von Zwangsarbeit und systematischen sexuellen Übergriffen gegen Frauen. Sie schilderten, Beamte hätten sie dort gezwungen, Lieder zu singen, die die KPC lobpreisen und ihren muslimischen Glauben kritisieren. Menschenrechtsaktivisten sagen, das chinesische Regime versuche, die Kultur der Uiguren auszulöschen. So werden die muslimischen Uiguren gezwungen, Schweinefleisch zu essen und Alkohol zu trinken. Außerdem werden uigurische Frauen zwangssterilisiert. Das alles mit dem langfristigen Ziel, eine ethnische Bevölkerung auszulöschen. Eine chinesische Firma behauptet, ihre Geräte würden 10% des Stroms von New York City liefern. Wir sprachen mit einem Experten über einige alarmierende Konsequenzen, die eintreten könnten, wenn die Geräte manipuliert werden. Doch das ist nicht die einzige Gefahr. Potenzielle Risiken, die von chinesischen Geräten ausgehen, stehen wieder im Fokus. Eine chinesische Firma behauptet, ihre Geräte würden 10% des Stroms von New York City liefern. Ein Sicherheitsexperte mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Energiewirtschaft schlägt nun Alarm. Er sagt, wenn die chinesische Ausrüstung manipuliert wird, könnte es in der Stadt in Teilen zu einem Stromausfall kommen und nicht nur das. Es geht hier nicht nur um 10% des Stroms, der direkt nach New York fließt, sondern auch um die 90%, die diese 10% ausgleichen müssen. Es kann sein, dass es mit den 90% gelingt, vielleicht auch nicht. Das betroffene Gerät wird als Netztransformator bezeichnet. Das sind essentielle Geräte im nationalen Stromnetz der USA. Ohne sie kann der benötigte Strom nicht an Haushalte und Geschäfte geliefert werden. Die chinesische Firma JSHP verkaufte einen Netztransformator an ein Kraftwerk in New Jersey. Dieses Kraftwerk versorgt mindestens 500.000 Haushalte in New York City mit Strom. Die Firma machte letztes Jahr Schlagzeilen, nachdem Bundesbeamte einer ihrer Netztransformatoren beschlagnahmt hatten. Die Behörden schickten das Gerät an ein Labor, das nationale Sicherheitsbedrohungen untersucht. Waze zufolge hatte ein US-Energieversorger vor diesem Vorfall einen in China hergestellten Transformator gekauft und dabei etwas Unerwartetes gefunden. Sie fanden darin zusätzliche Elektronik, die nicht hätte vorhanden sein dürfen. Es ist unklar, wie das Zubehör den Transformator beeinflusst. Beunruhigend ist, dass dort, wo dieses Gerät installiert wurde, keine Daten gestohlen werden können. Es wäre nur in der Lage gewesen, entweder den Transformator zu beschädigen oder den Betrieb des Stromnetzes zu beeinträchtigen. Das ist ein sehr großes Problem. Die Bedenken hören damit nicht auf. Wenn ein Transformator ausfällt, könne es sehr lange dauern, bis er ersetzt werden kann. So Waze. Es ist nicht so, dass man bei einem Defekt einfach zum Baumarkt gehen kann und sich ein neues Gerät kauft. Wenn es hier ein Problem gibt, dann kann es ein ganzes Jahr dauern. Mindestens 200 chinesische Stromtransformatoren gibt es im Moment im US-Stromnetz. Waze zufolge sollte die Regierung die Vorschriften verschärfen und die chinesischen Geräte auf Hardware-Hintertüren überprüfen. Das waren die NTD News. Vielen Dank, dass Sie wieder dabei waren. Der Zensur durch Big Tech können Sie entgehen, indem Sie uns auf SafeChat, Youmaker und Telegram folgen. Wenn Sie unsere unabhängige und unzensierte Arbeit unterstützen wollen, können Sie dies über Paypal tun. Einen direkten Link dazu finden Sie in der Videobeschreibung. Ich wünsche Ihnen einen erholsamen Abend. Bis zur nächsten Sendung. Bis zur nächsten Sendung. Bis zur nächsten Sendung. Bis zur nächsten Sendung.